Also erstens, man kann den Impfstoff nicht einfach in der Küche kochen. Das sind hochkomplexe Fertigungsanlagen, in denen auch sehr schnell mal was schief geht. Wie oft sind wir schon von Pandemien dahingerafft worden? Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Fragen Sie mich nicht. Fragen Sie die Schweine. Deswegen haben wir immer wieder das Problem der Lieferausfälle, weil auch einfach schlicht und einfach mal eine ganze Charge in so einer Fabrik nicht verwendet werden kann. Boah, kriegst du nicht? Sein Geist ist krank. Er ist glücklich, sein Geist ist krank. Komm, schaff den weg hier, dieses Scheißer jetzt. Zweitens, es ist natürlich illusionär zu glauben, dass die Länder, die mit hohen Investitionsmitteln und auch gedrängt von ihrer Bevölkerung die Impfstoffe entwickelt und produziert haben, ihre eigene Bevölkerung nicht opfern, äh, nicht impfen, nicht opfern, äh, nicht impfen. Wenn ich denn hier der einzige Idiot im Regel noch irgendwas bedeuten, sondern aus reinem Altruismus andere Bevölkerungen opfern, das ist einfach nicht realistisch so zu denken. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.